Wir Lehrer streiken. Endlich. Streikt ihr Rasierer auch? Deshalb entfällt heute der Unterricht. Von mir werdet ihr nichts lernen. Warum sind Sie denn hier, Herr Merkes, und nicht auf der Straße? Ich will meine Aufsichtspflicht nicht vernachlässigen. Sie sind zu nett, Herr Merkes. Genau, Sie müssen härter verhandeln. Sonst ändert die Politik gar nichts. Ja, in Sachen Demonstrieren habt ihr tatsächlich die Nase vorn. Mit so wenigen Lehrkräften kann man uns ja gar nicht richtig fördern. Ja, wir wollen ja lernen, aber bei dem System... Das sind doch Ausreden. Ich habe nicht einmal gesehen, dass du lernen willst. Ist das jetzt doch Unterricht? Ich habe meine Konzentration schon in den Feierabend geschickt. Die ist wohl eher im Dauerstreik. Sonst ändert sich ja nichts.